Von der ersten Meldung an war mir klar, da kommt jetzt was Großes. Insgesamt ist es eine riesige Herausforderung. Corona braucht viel Raum, viel Luft. Wir sind darauf geschult und das ist unser tägliches Brot, dass wir mit aktuellen Problemen auch umgehen. Wenn man die Basismaßnahmen einhält, dann hat man wirklich gute Chancen gut durchzukommen und das hat sich jetzt auch im letzten Jahr eigentlich bewahrheitet. Also wir haben keinen einzigen Ausbruch in der Klinik gehabt. Die Patienten machen sehr, sehr gut mit. Insgesamt kann man sagen, dass wir sehr gut arbeiten können. Die Diagnostik findet statt wie immer unter den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen. Blutabnahmen finden statt, EEGs finden statt, es finden die neurologischen Untersuchungen statt. Alles was wir brauchen, da haben wir keine Einschränkungen. Es gibt keine Unterschiede in den Kontakten zu den Ärzten, jetzt abgesehen von den Sicherheitsmaßnahmen. Das ist nicht weniger als sonst. Man wird gut behandelt. Die Psychotherapie findet statt. Wir haben dasselbe Angebot. Wir bieten dieselben Therapien an, dieselben Gruppen, dieselben Einzel. Die Einschränkungen sind zum Beispiel eben die Therapie mit Maske, was uns einschränkt in der Wahrnehmung und Zeigen, Gestik und Mimik. Das ist eine Einschränkung, mit der wir im Moment einfach umgehen müssen. Aber es geht nach wie vor und es geht nach wie vor gut. Wir sind ein psychiatrisches Krankenhaus und da ist natürlich der soziale Kontakt wichtig. Und von daher haben wir unsere Besucherregelung zwar schon sehr eingeschränkt, aber es ist schon möglich, dass Besuch kommt. Was wir natürlich teilweise auch immer wieder machen und anbieten, sind einzelne Sitzungen über Videotherapie. Wie ist es Ihnen ergangen seit der letzten Sitzung? Wo wir ein bisschen eingeschränkt sind, ist beim Sport. Aber das ist die Haupteinschränkung. Und sonst wird man hier bei uns gut behandeln. Man sollte nicht zu sehr zögern, wenn es einem richtig schlecht geht, auch die Behandlung in Anspruch zu nehmen. Dafür gibt es uns, weil das einfach individuell ist es ganz verschieden, aber sehr schnell auch an eine Grenze stösst von dem, was ich einfach selber machen kann. Wir versuchen uns selber gut zu motivieren und versuchen, dass das überschwappt. In guten und in schlechten Zeiten kann nie schaden.